Marlene Dietrich, ein Porträt von Helga Bämmern. Kindheit mit Geige und Klavier. Marlene Dietrich wurde am 27. Dezember 1901 in Berlin-Schöneberg in der Sedanstraße Nummer 53 geboren, der heutigen Leberstraße. Ihr Vater war der preußische Polizeioffizier Louis Dietrich, ihre Mutter Josephine, geborene Felsing, die Tochter Konrad Felsings, Inhaber des renommierten Uhren- und Juweliergeschäfts Felsing unter den Linden 20. Marlene wuchs in Verhältnissen auf, die man als gutbürgerlich bezeichnen kann. Zur Familie der Dietrichs gehörten Geschäftsleute, Beamte, Offiziere mit Dienstmädchen, Köchen und Kutscher im Hause. Gut situiert hieß für damalige Verhältnisse auch, für eine standesgemäße Erziehung der Kinder zu sorgen, neben dem obligaten Schulbesuch noch Privatlehrer für einzelne Fächer und darüber hinaus eine Gouvernante bezahlen zu können. Und es hieß auch, die berufliche Laufbahn der Söhne zu finanzieren, sowie eine angemessene Aussteuer für die Töchter aufzubringen. Marlene war nicht das einzige Kind der Offiziersfamilie Dietrich. Sie hatte noch eine knapp zwei Jahre ältere Schwester Elisabeth, die später Lehrerin wurde. Die beiden Mädchen wurden gemeinsam erzogen und lebten bis kurz vor Marlenes Heirat, also über einen Zeitraum von rund 20 Jahren, in dem Haushalt ihrer Mutter. Marlene Dietrich verlor ihren Vater sehr früh, wodurch sich für die Mutter mit den beiden Kindern finanzielle Schwierigkeiten ergaben. Sie nahm daher eine Stellung als Hausdame und Wirtschafterin bei der befreundeten Familie von Losch an, wo sie ihren zweiten Mann Eduard von Losch kennenlernte, der die zwei Mädchen adoptierte und somit Marlenes Stiefvater wurde. Daher ist in vielen Veröffentlichungen über Marlene Dietrich von der preußischen Offizierstochter Maria Magdalena von Losch die Rede. Sie selbst hat hingegen immer wieder betont, dass Marlene Dietrich ihr richtiger Name sei. Die Dietrichs und ebenso die Familie von Losch, die aus der Uckermark stammte, lebten in den strengen preußischen Traditionen von Treue und Pflichterfüllung. In diesem Sinne sollten auch die Kinder erzogen werden. Von ihren Eltern bekam Marlene eine Reihe solider, merkisch-preußischer Tugenden mit, wie Gründlichkeit, Ausdauer, Pflichtgefühl und Gerechtigkeitssinn. Man hat an ihr später, als sie schon in Hollywood lebte und ein Star war, immer wieder die Disziplin und das Stehvermögen bewundert. Für ihre Umwelt war sie allgemein die Preußin, die sprichwörtliche deutsche Hausfrau, die mit Begeisterung kochte und schrubbte, ein Muster an Gründlichkeit und Gediegenheit. Mit ihrem Vater verband sie nichts weiter als die Erinnerung an eine große, imposante Figur, Ledergeruch, glänzende Stiefel, Reitgärte und Pferde, während ihre Mutter, für sie eine absolute Respektsperson, mit Liebe aus der Erinnerung hervorgeholt wird. Ihr Aussehen war so vollkommen wie ihre Eigenschaften. Ihr Verstand, ihr Herz war nobel. Sie war wie ein guter General. Sie befolgte ihre eigenen Regeln. Sie war das Beispiel, das wir brauchten. Die Mutter erscheint nicht allein als Schöne, sondern auch als eine gebildete und kluge Frau, die auf Erziehung hielt und in dieser Hinsicht streng war. Sie schickte ihre jüngste Tochter mit noch nicht ganz sechs Jahren zur Schule. Es war die Mädchenschule in der Nürnberger Straße. Die Rektorin war eine ältliche Dame, die in einem kostbar möblierten Salon präsidierte, über dem Kamin das Porträt der Kaiserin Auguste Victoria, nach der die Schule benannt war. Marlenes Schutzengel an dieser Schule war die von ihr schwärmerisch geliebte Französischlehrerin. Weil die kleine Dietrich jünger war als die anderen in der Klasse, fühlte sie sich von den Mädchen und ihren Vertraulichkeiten ständig ausgeschlossen und zurückgesetzt. Aber Mademoiselle Bregand konnte Marlene die Freude an der Schule wiedergeben, weil sie den Kummer des schüchternen Mädchens ernst nahm. Sie verscheuchte meine Einlammkeit, meine kindlichen Sorgen, meine Traurigkeit. Sie war Wunsch und Erfüllung, so die Dietrich. Marlene verbrachte jeden Morgen damit, sich auszudenken, was sie Mademoiselle schenken könnte. Blaue, weiße, rote Bänder, die ihre Mutter beim deutsch-französischen Ball im Haar getragen hatte. Französische Landschaftsbilder, ausgeschnitten aus Zeitschriften. Einen Strauß-Mai-Glöckchen am 1. Mai. Oder sie band zum Nationalfeiertag am 14. Juli eine Kornblume, ein Gänseblümchen und eine Mohnblüme zusammen. Marlene kaufte auch französische Weihnachts- und Neujahrskarten und zählte schon ihr Taschengeld, um französisches Parfum für die Lehrerin zu kaufen. Aber ihre Mutter riet ihr davon ab. Solche teuren Geschenke würden Mademoiselle Bregand nur in Verlegenheit bringen. Das französische Fräulein wartete mit ihr vor der Schule, wenn die Gouvernante sich verspätete und ging manchmal mit den beiden noch ein Stück mit. Am letzten Schultag vor den Ferien vergaß sie nie, mir ihre Adresse zu geben, die sie auf eine Seite ihres Notizblogs geschrieben hatte. Es war klar. Sie kannte meine scheuesten Hoffnungen und die Heilmittel für alle meine Schmerzen. So beschreibt Marlene Dietrich in ihren Erinnerungen ihr zärtlich-kindliches Verhältnis zu der Französischlehrerin. Sie hatte in ihr einen klugen Menschen gefunden, an den sie sich in ihrer Schulmädchenzeit klammern konnte. Für Marlene war diese Freundschaft ein Ansporn ohne Gleichen, im Französischen Fortschritte zu machen. Dank ihrer Mutter beherrschte sie die Sprache schon gut. Die Zuneigung der Lehrerin empfand Marlene als eine Auszeichnung. Das Band dieser Liebe wurde je zerrissen, als der Erste Weltkrieg ausbrach. Marlene sah in jenen Tagen die ausrückenden Regimenter, Fahnen hingen aus den Fenstern, die Militärmusik spielte und sie begriff es nicht. Blumen auf Gewehren für einen Krieg gegen ihr geliebtes Frankreich? Ihre Lehrerin nicht mehr an der Schule? Dieser Verlust hat der 13-Jährigen den ersten tiefen Schmerz ihres Lebens zugefügt. Einzig ihre Gefühle, die ihr sagten, was Recht und Unrecht ist, gaben ihr Sicherheit. Ich liebte Marguerite Bregand und ich liebte Frankreich. Ich liebte die französische Sprache. Ich war die erste Beraubte, das erste Opfer. Niemand konnte mich zum Krieg mit Frankreich zwingen. Für die Soldaten müssen nun in der Schule Socken, Pulswärmer und Pullover gestrickt werden. Das ist patriotische Pflicht. Wer französische Wörter gebraucht, die Sprache des Feindes, muss zur Strafe 10 Pfennig in die Schulsammelbüchse geben. Marlene bezahlt die 10 Pfennige. In ihrer Autobiografie schreibt Marlene Dietrich Berlinisch kurz und in aller Offenheit, meine Familie hatte Geld. Ich bekam die beste Erziehung. Da sich schon früh ihre musikalische Begabung zeigte, sollte sie nach dem Wunsch ihrer Mutter die Musiklaufbahn einschlagen und Konzertgeigerin werden. Diesem Berufsziel diente der Geigen- und Klavierunterricht, die Marlene schon sehr früh von Privatlehrern erhielt und den sie neben der Schule bewältigen musste. Das hieß viel Üben, meist unter Aufsicht der Mutter, die selbst sehr gut Klavier spielte. Das Pensum bestand aus Mozart, Bach, Beethoven und Chopin. Sonaten, Etüden, Walzer und das Ganze wieder von vorn. Üben für die Stunden, Üben für die Hausmusikabende im Familienkreis und wenn dann noch Freizeit blieb, gehörte sie den Büchern und der Poesie. Gemeinsam mit ihrer Mutter und ihrer Schwester deklamierte sie Gedichte von Goethe und die klassischen deutschen Balladen, las die Bücher von Dostoevsky und Knut Hamsung. Zwar verehrte sie auch Bühnenstars wie die Duse, vor deren Bild sie eine Kerze in ihrem Zimmer aufgestellt hatte, von irgendwelcher Theaterleidenschaft, von Drang nach Rampenlicht und Ruhm war nichts an ihr zu bemerken. Eine Mitschülerin schilderte Marlene Dietrich sogar als unauffällige Erscheinung, nervös und unsicher. Marlene war das schüchternste Mädchen in unserer Schule, nichts schien ihr sonderlich Spaß zu machen. Sie habe sich mit Vorliebe auf die hinteren Bänke zurückgezogen, sei immer nett und freundlich gewesen und ließ die Mädchen beim Französischaufsatz generös abschreiben. Von sich selbst gibt Marlene Dietrich eine sehr untertriebene Beschreibung. Ich war sehr dünn und blass als Kind. Mein Haar war rötlich-blond. Dieses rötlich-blonde Haar gab mir eine weiße Gesichtsfarbe, eine durchsichtige Haut, die den Rotblonden eigen ist. Ich sah ziemlich krank aus. Ernsthaft, wie bei ihrer musikalischen Ausbildung, wurden die Kinder auch an die anderen Seiten der bürgerlichen Kultur herangeführt. Ich bin mit Goethe aufgewachsen, er lehrte mich alles, was ich weiß. Das ist ein von ihr ständig wiederholter Satz. Von ihren Eltern, insbesondere ihrer Mutter, hat Marlene Dietrich gelernt, dass man seine Pflicht zu erfüllen hat. Nach der Maxime Goethes Was aber ist die Pflicht? Die Forderung des Tages. Trotz Gouvernante und Hausmädchen arbeitete sie in der Küche mit und erteiligte sich an allen hauswirtschaftlichen Verrichtungen. Angehalten zu nützlicher Tätigkeit beschäftigte sich Marlene gern mit Nähen, Kochen oder Sticken, worin sie ebenfalls die Talente ihrer Mutter geabt hatte. Herumsitzen, müßiggang, wurde nicht geduldet. Auch lehrten die Eltern sie, niemals Verantwortung abzugeben oder zu teilen. Als Schülerin auf dem Gymnasium ist Marlene Dietrich in Musik Klassenbeste. Im Schulorchester spielt sie erste Violine. Trotz Krieg und Entbehrung wurde der Musikunterricht fortgesetzt. Für die Zeitschrift Esquire hat Marlene Dietrich einmal geschildert, wie sie die Abende während des Krieges mit ihrer Mutter am Klavier verbrachte und wie sie sich das Vergnügen, einen Walzer von Chopin spielen zu dürfen, mit dem endlosen Üben von Bach und Händel verdienen musste. Sie liebte ihre Geige und den klagenden Klang der Saiten über alles, die monotonen Übungen mochte sie dagegen weniger. Marlene liebte auch Bach. Sie spielte nach den Stunden aber für sich gern die Toseli-Serenade oder Godard's Berceuse, in die sie, von niemandem korrigiert, ihre Gefühle hineinströmen lassen konnte. Das Ende des Ersten Weltkrieges bedeutet für Marlene Dietrich auch das Ende ihrer Schulzeit. 1918 verlässt sie die Auguste-Victoria-Schule mit dem Abitur, um anschließend in Weimar Musik zu studieren. Die fremde Umgebung bot ihr zunächst wenig Wärme. Die Schule war kalt, die Straßen erschienen ihr fremd, der Geruch anders als der, den sie aus der Großstadt gewohnt war. Sie vermisste ihr Zuhause. Aber weil sie in Weimar sein durfte, wo ihr Idol Goethe gelebt hatte, fühlte sie überschwängliche Begeisterung. Goethes Haus am Frauenplan, sein Gartenhaus, das Haus der Frau von Stein, seien für sie und die anderen jungen Mädchen so etwas wie Lourdes für manche Katholiken gewesen. Über die Ausbildung an der Musikhochschule sind keine Unterlagen mehr vorhanden, aus denen hervorginge, wie ihre Lehrer dort waren und wie man die Fähigkeiten der jungen Studentin beurteilte. Ein Mitstudent von ihr erzählt, sie sei sehr bescheiden und schüchtern aufgetreten und schien sich ihrer Reize überhaupt nicht bewusst gewesen zu sein. Übrigens war sie durchaus keine überragende Schülerin und ich bezweifle, dass ein Leben als Geigerin sie befriedigt hätte. Gewiss, wenn sie mit dem leidenschaftlichen Eifer, den sie an den Tag legte, weitergearbeitet hätte, hätte sie möglicherweise doch den Weg auf die Konzertbühne gefunden. Die Ausbildung in Weimar kann nicht abgeschlossen werden. Ihre Mutter erscheint eines Tages und holt sie nach Berlin zurück. Den Grund dafür weiß man nicht genau. Eine Affäre mit dem Geigenlehrer soll dem Aufenthalt im Pensionat ein Ende gesetzt haben. Das Musikstudium wird jedenfalls danach in Berlin bei Professor Karl Flesch, einem bekannten Geigenwirtuosen, fortgesetzt, aber wegen einer Sehnenscheidenentzündung in der linken Hand abgebrochen. Die Hand muss eingegipst werden. Das Schicksal hatte gegen die Geige entschieden. Unwiderruflich. Es lag in der Luft. Tu was, soll ihre Mutter gesagt haben, als Marlene zu Hause herumsitzend durch die Beschäftigung mit Rilke und Goethe über die Krise ihres jungen Daseins hinwegzukommen versuchte. Ihre Mutter hat damals nicht etwa zu ihr gesagt, geh zum Theater oder zum Film, weil dem Standesbewusstsein der Familie nichts so sehr entgegengestanden hätte wie der Komödiantenberuf. Was lag jedoch für ein gut aussehendes, romantisch veranlagtes und zugleich realistisch denkendes Mädchen aus besserem Hause näher als das Theater, wenn sie nicht über eine abgeschlossene Ausbildung verfügte, aber Geld verdienen wollte. Marlene entschloss sich also, es beim Theater zu versuchen. Die Sprache und das Rezitieren waren nun mal neben der Musik ihre große Passion. Der Versuch, zur Bühne zu gehen, endete zunächst ergebnislos. Als sie zum Vorsprechen in der Schauspielschule Max Reinhards erschien, in der vagen Hoffnung, als reguläre Schülerin aufgenommen zu werden, hinterließ sie mit der Rolle des Mädchens aus Hugo von Hoffmannsthals Stück »Der Tor und der Tod« keinen tieferen Eindruck, obwohl sie den Text sorgfältig einstudiert hatte. Den Regisseur Karl Heine und Bertolt Held als Leiter der Schule hätte sie wohl durchaus beeindruckt. Max Reinhard hingegen sei von ihrem Talent nicht überzeugt gewesen, sagt man. Sie wurde nicht aufgenommen. Bertolt Held erklärte sich jedoch bereit, der Anfängerin Privatunterricht zu erteilen, gemeinsam mit einer weiteren Schülerin namens Grete Moosheim, derselben Moosheim, die bald zur weiblichen Star-Prominenz des Reinhard-Ensembles zählen sollte. Grete Moosheim zweifelte im Nachhinein sehr an der Qualität dieses Privatunterrichts. Nach knapp einem Jahr hörten wir auf, ohne etwas gelernt zu haben, aber dass wir bei ihm Unterricht gehabt hatten, berechtigte uns, in Reinhards Theatern aufzutreten. Sie bekamen also Rollen. Und das war das Entscheidende. Marlene Dietrich erzählte, wie sie zu ihren ersten Rollen als Kleiderstellerin kam. Die mit ihr befreundete Schauspielerin Anni Mewes, die damals am Anfang ihrer Karriere stand, rief mehrmals in der Woche bei ihr an und fragte, ob sie an dem betreffenden Abend ihre Rolle übernehmen könne. Es ist nur ein Satz. Mein Kleid wird dir passen. Aber sage niemandem etwas davon. Geh einfach hin, mach deinen Auftritt auf folgendes Stichwort, nimm einen Bleistift und notiere es. Marlene nahm den Bleistift, notierte, holte das Kleid und ging am Abend hin, sprach den Satz oder die zwei Sätze, während sich Anni Mewes irgendwo privat amüsierte, ohne dass einer am Theater überhaupt bemerkte, dass die Worte von jemand anderem gesprochen wurden. Die junge Marlene tat seither manches, um älter und erfahrener auszusehen und dadurch vielleicht die große Rolle im Film zu bekommen. Zu Hause versuchte sie, sich in einem Kleid ihrer Mutter wie ein Nachtfalter aufzuführen und entsprechend die Hüften zu schwingen. Um diese Zeit suchte der Regieassistent und Aufnahmeleiter Rudi Sieber, schön, blond, groß und klug, für den Film »Tragödie der Liebe«, eine aparte Person, die als Freundin des Staatsanwalts diesen in einem Modprozess aus dem Konzept zu bringen hatte, durch die Art und Weise, wie sie mit dem Richter durch das Monokel flirtet und sich Männerablenken verhält. So kam es, dass meine Freundin Grete Moosheim und ich zusammen mit anderen Schülerinnen eines Tages zum Studio gingen, um uns bei ihm vorzustellen. Er sagte uns, er suche Demi Mondens, »Damen der Halbwelt«, ein damals geläufiger Ausdruck. Er fand, dass Grete Moosheim zu unschuldig aussah. Aber ich sollte am nächsten Tag ins Studio kommen und daraus lässt sich schließen, wie ich auf ihn gewirkt haben muss. Ich war stolz, dass er mich gewählt hatte und stolz darauf, dass ich nicht zu jung und unschuldig aussah, obwohl ich es in Wirklichkeit war. Von ihrem Filmdebüt war Marlene Dietrich nicht sonderlich beeindruckt, zumal sie die Art Frauen, die sie zu spielen hatte, ohnehin nicht liebte. Sie meinte, sie hätte ausgesehen wie eine Kartoffel mit... Und wie immer das Zabar sieht aus. Vor Jahren ist es auch Hundred juicy als ein Otherwiseicht. Vielen Dank.